Während wir kommen zum Chacoblue-Hengst, Chacoblue-Cento-Sohn aus der Zucht von Klaus Dickenheer mit Hansi Dreher. Vielen Dank. Ganz, ganz stark, immer weiter im Fluss geblieben und jetzt nochmal die ganz, ganz schnelle Wendung vorne rum hin zum Schlusssprung. Er ist bei 57, bei 58. Das wird eine Top-Runde mit einer Top-Zeit. 60,23 Sekunden, meine Damen und Herren. Der absolute Wahnsinn, wie die beiden das machen. Ich habe im Vorfeld, meine Damen und Herren, noch ein kleines Auge darauf geworfen beim Abspringen. Beim Abspringen zuvor die beiden sich warm gemacht haben und jetzt, ja, diese Runde und ich bin sehr, sehr angetan. Das muss ich sagen. Stark, wie die beiden das gemacht haben und ganz zu Recht, ganz zu Recht schieben die beiden sich jetzt hoch.